Der berühmteste unter den literarischen Kriminalisten. Seine Fälle sorgten häufig auch auf der Leinwand für Spannung. Maigrets Spezialität ist psychologischer Scharfsinn gepaart mit unendlicher Geduld. Dies beweist er auch in dem französischen Spielfilm Kommissar Maigret stellt eine Falle, den wir Ihnen nun zeigen. In der Titelrolle Jean Gabin, der beste Maigret der Kinogeschichte.